Wenn Sie eine Mischung aus sehr viel Know-how, Wissensvermittlung und gleichzeitig guter Unterhaltung wollen, dann kann ich Ihnen nur eins empfehlen, nämlich das kostenfreie Webinar von André Stagge und dem mir. André Stagge ist für das Know-how und die Kompetenz zuständig. Ich mache das Know-how mehr für die Unterhaltung. Wir werden also hier einige Seminare veranstalten, Webinare veranstalten. 1. November, 16. November, 14. Dezember und dann im nächsten Jahr, 11. Januar 2024, muss das hier heißen. Das Ganze kostenfrei. Sie müssen sich nur registrieren. Ich denke, das lohnt sich. Das wird eine Sache, auf die ich persönlich mich auch schon freue. Vielleicht Sie ja auch also registrieren. Sie finden alles unter dem Video. Ich wünsche das Allerbeste. Ciao.